so hallo mädels hallo ja schön dass ihr alle da seid seid ihr schon umgezogen ja dann kommen wir gleich hier loslegen muss ich noch irgendwas bestimmtes anziehen oder ja wir haben was vorbereitet in der kabine alles klar dann würde ich sagen ziehe ich mich einfach mal um und dann kommen wir auch schon gleich anfangen ok habe ich mich schon mal fertig gemacht der passt mir ja perfekt würde ich sagen habe ich dann alles bin ich jetzt genug geschützt das ist ja relativ gefährlich beim wasser bei euch gerade unter wasser würde ich das auch noch mal nehmen ok bist du sicher bist du sicher dass die überhaupt passt ich kümmere genau was rein stoppen so dann geht man in die halle ich habe das gefühl hinten ist noch offen kann das sein ja viel besser danke ist jetzt schon viel viel besser dann er zieht euch mal eure badekappen an dann sehen wir uns gleich hier auf jeden fall im becken so dann geht es jetzt auch langsam los alles gut gut im training ja ja fit heute ja alles klar fangen wir jetzt auch mal an worauf muss ich denn achten beim wasserballen den kopf immer schön oben lassen alles was unter wasser passiert ist ein eigenes problem was steht denn auf ins becken pinkeln ja mal aus wasser raus machen und schrubben weil sie nicht weiß also männer weiß es machen frauen nicht frauen machen dass die frauen gehen vorher oder während das dreht so ein bisschen pause zu kriegen und männer schwimmende bahn stellen sich am deckenrand ja ich bin ja so lange es nicht groß ist nervt das jetzt auch nicht unbedingt ne heike pass mal auf versuch einfach mal jetzt versuche es mich unter wasser zu kriegen ich bin der center und du versuchst es das ist ein scheiß spiel ist das okay dann teilen wir jetzt mannschaften ein am besten alle die denken dass sie geil aussehen rüber in meine mannschaft die anderen bleiben hier die anders alle die ein freund haben bleiben schon mal hier und alle die noch zu haben sind gehen rüber die unge hier die geilen da drüben man das ist doch nicht so schwer das ist übrigens der typische frauen im freibad griff und muss man auch drauf haben das ist der dawning Nein, gib mich doch an gib mich gib mich gib mich gib mich gib mich Hey! Faul! Blöde Kuh, ey! Was denn? Ja, zwei Hände! Ich hab zwei Hände! Das ist uns auch schon ein Fehler! Scheißspiel! Zwei Hände! Ich hab auch zwei Füße! Zwei Hände! Olli! Ah! Was denn? Was denn? Was denn? Aquarius! 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 F! Tja! Tja! Quatschen! Tja! F! Tja!